mal zu kommen beim video magazine und einem neuen video meinerseits und heute reden wir über das energy land ja und dem mega themen bereich den die dieses jahr eröffnen möchten und vorneweg auch in bezug auf ältere videos nein ich habe keinen sonnenbrand und ich habe keinen blutdruck wegen meiner fetthaftigkeit es ist hier einfach unglaublich waren drin wir haben 32 grad und ein bini ändert auch nichts an der temperatur und uchi sitzt vor dem fenster dass man das nicht ganz aufmachen kann so wisst ihr bescheid und los geht's und der vino hat auch nichts damit zu tun also energy land ja freizeitpark den ihr glaube ich vom hören sagen auf jeden fall alle inzwischen kennen sollte 2018 haben wir das ganze auch besucht haben euch da auch mehrere videos mitgebracht ist ein sehr großer freizeitpark in polen eigentlich so der nicht der erste aber der erste große richtige krasse freizeitpark auf jeden fall von polen hat auch noch gar nicht so eine lange historie und es war immer so all die jahre wollten wir schon dahin fahren und dann nächstes jahr kommt dass das das und das neu fahren wir nächstes jahr nach diese planung verschoben und dann war nächstes jahr kommt aber dass das 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 und das neu verschieben das ganze noch mal irgendwann muss man hat man cut machen und sagen okay wir fahren jetzt und müssen dann wieder regelmäßig dahin und es ist glaube ich die anzahl der achterbahnen hat sich von 2018 bis jetzt 2021 glaube ich verdoppelt und deswegen kann man jetzt auch regelmäßig gerne mal hinfahren und das auch jedes jahr und es lohnt sich auf jeden fall weil da wirklich sehr viel sehr cooles steht und dieses jahr soll ein neuer themenbereich eröffnet mit zwei achterbahnen und drei counts quasi und ganz vielen anderen sachen über die wir heute hier in diesem video sprechen wollen und dieser neue themenbereich heißt aqua landes und das ganze bezieht sich von der story natürlich dann auf die versunkene stadt atlantis und ja die menschen haben in harmonie mit den herrschern der meere und dem gott abyssus zusammengelebt und irgendwann ist das ganze ein bisschen geswitcht die leute sind ein bisschen eskaliert und wir haben sind abgedriftet worden gierig und dann hat haben die herrschaften die herrschaften die herrscher die schätze und alles was diese stadt zu bieten hatte einfach im meer versenkt und die ganze stadt versenkt mehr oder weniger so ein bisschen die story aus dem polnischen jetzt übersetzt und das ist so ein bisschen so die historie für diesen ganzen themenbereich das ist auch die anfänge vom energy land ja waren halt wirklich sehr bunt und einfach und das scheint jetzt hier auch schon mehr hand und fuß zu haben das design studio was für die thematisierung zuständig ist ist jura region aus den niederlanden die haben auch schon 25 jahre erfahrung in diesem bereich haben auch schon für disney gearbeitet für wahl wie für den europa park oder auch für das tun morland und dementsprechend haben die schon ahnung was design angeht würde ich mal behaupten und ja ich möchte euch ein bisschen erzählen was es denn alles so dort geben soll in diesem themenbereich und unter anderem gibt es einen wasserspielplatz waterworks ist natürlich jetzt nicht sehr überraschend bei einem wasser themenbereich dass man einen wasser spielplatz installiert übrigens es gibt einen eigenen wasserpark der zum energy land er gehört auch bereits schon also muss jetzt nicht ein wasserpark neu erfinden und im ursprungspark gibt es zum beispiel auch zwei splash battles schon zwei und außerdem gibt es ja im park schon sehr sehr viele shows und es wird auch eine weitere neue show dann in diesem themenbereich geben mit aquajump und das wird wohl so eine art tramp vom trampolin ins wasser spring show ist also auf diesem foto sieht man halt zwei so podeste es wird also keine acapulco show wo die aus 30 metern in so ein wasserglas springen sondern halt was einmaliges was es sowohl noch nicht gegeben hat und das mit sehr krassen artisten sowie der park das auf jeden fall jetzt im vorfeld kommuniziert und man möchte natürlich nicht ohne einen schatz von hoher see wieder nach hause zurückkehren und so gibt es in diesem neuen themenbereich natürlich auch einen shop und diverse games also spielbuden wo man auch souvenirs und ähnliches gewinnen kann und seine andenken kaufen oder gewinnen kann um diese dann mit nach hause zu nehmen von dem erlebnis aus aqualantes und zu so einem themenbereich gehört natürlich auch gastronomie und speisen wieder gott in frankreich ist dann quasi angesagt und im themenbereich gibt es dann insgesamt acht verschiedene gastronomie angebote von restaurant bis zu snack und das ist so quasi die die basis für so ein themenbereich eigentlich aber dazu gehören natürlich auch fahrgeschäfte und man hat ja den hauptpark damals somit wie koma und intermin bahn gefüllt und dann zu den kompletten katalog von spf visa sich in den park gestellt und da man den ganzen katalog er bereits hat und teilweise sogar sachen zweimal gekauft hat hat man sich dann jetzt wieder für den italienischen hersteller entschieden aber nicht für spf visa sondern für zappela und zappela liefert einige der fahrgeschäfte und der kleinen flat rights der kinder fahrgeschäfte für den neuen themenbereich unter anderem submarine drive und das wird so wie es aussieht ich glaube das ist ein froghammer oder so ein presto flieger von zappela und und damit können dann die kleinsten auf schatz suche gehen abtauchen schätze suchen und mit umbooten quasi durch die gegend fahren ein zappela standard fahrgeschäft ist der rocking tag kriegt hier auch mehr oder weniger die standard thematisierung und ist das stormy ship das ist halt so ein kleines bötchen was auf eine maschine vor und zurück fährt und sich dabei dreht ist ist ein ganz verbreitetes fahrgeschäft was für mich keinen sinn macht und trotzdem hier gebaut wird ist burning engine und also der brennende motor und das ganze ist eine zappela fire brigade und es sind halt diese feuerwehrautos die sind aber jetzt nicht rot wie man sonst kennt sondern halt in diesem türkis vom vom themenbereich und ansonsten es ist mehr oder weniger die standard fire brigade wo dann halt irgendwie um das irgendwie einzubringen die story ist dass die in brennenden schiffs motor löschen müssten und was das absolute ding ist wenn du von zappela sachen kauf ich glaube das ist so wie ein werbegeschenk von zappela das kriegst du dabei wenn du was bei dem bestellst und zwar die magic bags und die heißen magic pump und ich habe da glaube ich auch mal eine compilation zu hochgeladen ich weiß nicht ob das jetzt auf red view war oder auf red view den zwei kanal mit den on offrad videos auf jeden fall absoluter klassiker den gibt es auch dann in diesem neuen themenbereich und super spannend für mich auf jeden fall ist aqualantis grotto expedition und das ist eine bootsfahrt die es geben wird da hat das energy land ja den hersteller nicht genannt in seinen ganzen veröffentlichen die bis jetzt kam und diese bootsfahrt führt auch durch höhlen und ein ehemaliges schiff werft was zu der untergangenen stadt gehörte und außerdem soll es auch einige überraschungen geben da bin ich sehr gespannt erinnert dann natürlich ein bisschen vom gesamtbild weil man jetzt aus diesen breiten geraden kommt wie wir hier wohnen an avalon mit toverland mit phoenix und mördens quest quasi weil es auch hier eine große achterbahn gibt mit blauen achterbahnstiegen quasi aber ein ganz anderer blauton auch nicht miteinander verwechseln aber ich ahne schon dass das in den kommentaren kommt also greife ich einfach mal vorweg und ich habe eben gesagt es gibt zwei neue achterbahnen aber quasi drei counts und es gibt quasi ein grauzonen count und eine weitere anlage von samperla die auch in diesem themenbereich gebaut wird und zwar tidal wave twister und tidal wave twister ist von samperla ein sogenannte disco coaster das bedeutet ihr habt eine große scheibe die sich dreht und über eine strecke fährt eine wellenförmige w-förmige strecke das ganze kennt ihr zum beispiel als crazy surfer aus dem moviepark germany oder aus diversen anderen freizeit parks und gab es so auch noch nicht im energy land ja und kommt dort halt auch mit in diesen neuen themenbereich aber natürlich für die meisten am spannendsten achterbahn und zwei stück liefert die firma wikoma für diesen themenbereich light explorer wird die familienfreundliche variante würde ich mal sagen und das ganze ist nicht ein family bummerang 238 meter lang 24,2 meter hoch und 60 kmh spitzen geschwindigkeit sehr lang gezogen nicht ansatzweise twisty und saven aus dem verruf sommerland letztes eröffnet ist die vorlage quasi für diese bahn passt da halt wohl komplett super cool in den park ist wie gesagt sehr lang gezogen so dass es da angepasst ist und zieht sich hier quasi an der außenseite lang und bin ich sehr gespannt drauf ich bin in dänemark leider noch nicht gefahren finde ich auch sehr spannend dass man diese bahn sich fürs energy land ja geholt hat denn der park hat bereits seit vielen jahren einen wikoma family bummerang auch ein standard layout dass das standard layout eigentlich und dort gibt es jetzt einen zweiten wikoma family bummerang in diesem park total crazy und die andere achterbahn ist sehr unique und sehr cool und sehr spannend abyssus und das ist ein sogenannter shockwave von wikoma gibt es quasi auch eine autostunde entfernt in legendia da ist die achterbahn leschcoaster himmelswillen alle zu boah wie kann man so lange überlegen dafür schande über mein haupt und abyssus wird 1320 meter lang 38,5 meter hoch 100 km h schnell und hat vier in version unter anderem gibt es aber erstmal ein lsm launch einen lsm boost dann kommt ein looping ein badwing und ein corkscrew und durch den badwing und loop und corkscrew zusammen kommen wir auf vier in version sieht auf jeden fall sehr spannend sehr interessant aus und ist eine sehr vielversprechende neue achterbahn in europa meiner meinung nach und habe ich richtig bock drauf bin sehr gespannt wie sich das ganze fährt es gibt drei züge die sehr cool gestaltet sind dass sie aussehen wie boote und wenn die züge so gut sich fahren mit der strecke und die bügel und also weiter wie zum beispiel beim leschcoaster können wir da eine sehr sehr gute achterbahn erwarten und ja da möchte ich doch gar nicht zu viel zu sagen weil man es auch noch nicht sagen kann bevor man es gefahren ist aber 2021 so weit man diese länder wie polen oder belgien bereisen darf oder auf frankreich kommen einige ziemlich coole bahn glaube ich auf uns zu und österreich gab es auch zu dessen video und da gibt es auch ein paar aktuelle artworks die hatte ich euch auf instagram mal gezeigt folgt gerne auf instagram um auch immer up to date zu sein da gibt es auch immer zwischendurch ein paar mehr sachen als das was ihr hier seht aber bevor wir ganz durch sind gab es ganz am anfang schon artwork von abyssus beziehungsweise diesen ganzen themenbereich und im hintergrund konnte man auch noch einen drop tower erkennen auf diesem artwork den hat das energy land der bis jetzt noch nicht bestätigt bekannt gegeben oder präsentiert da weiß auch wo ich weiß auf jeden fall nicht ob das vielleicht gecancelt ist oder der noch kommt oder das eine überraschung ist oder 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 aber das was ich euch jetzt alles hier gezeigt und erläutert habe ist das was der park selber veröffentlicht hat und offiziell ist und ansonsten würde mich eure meinung zu dem ganzen interessieren wart ihr schon mal im energy land ja oder wollt ihr da mal hin und was ist eure meinung zu dem ganzen das alles gerne in die kommentare lasst uns da weiter quatschen diskutieren abonniert gerne right review um nichts mehr zu verpassen und ansonsten war es das von mir an dieser stelle mit diesem video ich bin raus ihr seid die coolsten aber auf ihr seid ihr seid ihr seid für mich bei dem tun